13 Prominente, die uns vor Diddy warnen wollten. Run so schnell wie Cassidy. Bruder, jetzt was machst du da? Der lutscht einfach am Schuh rum, Bro. Im Jahr 2022 deutete West an, dass Sean Combs mit der Regierung zusammenarbeitete und behauptete, er habe die Leute verraten, um sich eine Gefängnisstrafe zu ersparen. Das ist, warum musst du mit mir kommen, weil es Teil des Problems ist, was haben Donald Trump und Diddy gemeinsam? Wahrscheinlich so einiges, aber Sängerin, Reality-Star, Aubrey O'Day ist eine davon. Der Bruder war bestimmt Asche immer auf den Diddy-Partys unterwegs, sagst du? Schön die Freak-Offs mit durchgezogen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leroy Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt 13 Prominente, die uns vor Diddy warnen wollten. Ich bin gespannt, was hier passiert. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das Video geht, aber wir haben uns von dem Kanal letztes Mal ein Video reingezogen und ich fand es eigentlich spannend. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben, da schreibt ein Kommentärchen. Abonniert diesen Kanal. Ich habe euch ganz doll lieb. Führt euch gedrückt. Und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los, Digi. Und los. There are so many witnesses. There are so many victims. Who's that? Die saß eben bei No Jumper da, gell? Schmojo Deutschland und heute präsentieren wir euch Schmojo Deutschland. Prominente, die sich gegen Sean Combs, alias P. Diddy, vor seiner Verhaftung und Anklage im Jahr 2024 aussprachen. We're just starting to scratch the surface of what this case, who this case is going to touch and involve. Jaguar Wright. Die Neo-Soul-Sängerin Jaguar Wright ist nicht simperlich mit ihren Behauptungen, die sie gegen Sean Diddy Combs aufgestellt hat. Am zahmsten ist die Behauptung, dass er mehrere Mitarbeiter in der Musikindustrie missbraucht und angegriffen hat. Aber ausgehend von diesen potenziellen Gräueltaten machte Wright Erklärungen, dass der Rapper in nichts Geringeres als ein übles Spiel verwickelt war. Wright hat... Was ist das für ein Video, Digga, gewesen? Guck mal. ...machte Wright Erklärungen, dass der Rapper in nichts Geringeres als ein übles Spiel... Bruder, jetzt was machst du dann? Der lutscht einfach am Schuh rum, Bro. What the fuck? Bruder, jetzt guck dir das an. Ah, Wright hat... Digga, der ist so gestört, der Cousin. ...festgestellt, dass prominente Mitglieder von Uptown Records, die inzwischen alle verstorben sind, irgendwie mit Combs und seinem angeblichen Fehlverhalten in Verbindung stehen könnten. Andre Correll ist tot. Die nur zwei leften sind Puffy und Al. Und Al hat fast... ... died. Obwohl die Stichhaltigkeit der Aussagen von Jaguar Wright noch nicht vollständig untersucht wurde, wird das zweifellos eine laute Stimme in der Diskussion um den Diddy-Skandal sein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos hat sich Diddy noch nicht offiziell zu den Anschuldigungen von Wright geäußert. Mark Curry Da er vor allem für sein... Das waren halt heftige Zeiten, Digga. What the fuck? ... noch nicht offiziell zu den Anschuldigungen von Wright geäußert. ... äh, äh, going nowhere, we ain't going nowhere. Mark Curry Da er vor allem für seine Zusammenarbeit mit P. Diddy bei der Single Bad Boy for Life bekannt ist, ist es nicht verwunderlich, dass Curry über ein gewisses Insiderwissen über dessen angebliche Verfehlungen verfügen könnte. Im Dezember 2023, etwa einem Monat nachdem die Klagen gegen Diddy wegen Körperverletzung eingegangen waren, sprach Curry in einem Interview offen über eine Vielzahl der angeblichen Verbrechen Ist das Tyson, Digga? ... wegen Körperverletzung eingegangen waren, sprach Curry Oder ist das der Curry? ... wie in einem Interview offen über eine... Krass, der sieht hier aus wie Tyson gerade, oder? ... Vielzahl der angeblichen Verbrechen des Hip-Hop-Moguls. ... und they'd be like, we have a party tonight, but this ain't your kind of party. You'd be like, yeah, I ain't going. I don't wanna go. Er beschrieb, wie in den Clubs, in denen er mit Diddy unterwegs war, bestimmte Schnapsflaschen von niemandem außer den Frauen in ihrer Begleitung angefasst werden durften, da sie vermutlich mit Betäubungsmitteln gefüllt waren. So when you get up, they'd be like, don't touch them bottles right there and only drink them bottles right there. So we already knew what the drill was. You just don't mess with them bottles, right? I love it, bro. Englisch. Zu hören, und das zu einem so frühen Zeitpunkt in Diddys juristischen Schwierigkeiten, verleiht allen gegen ihn erhobenen Vorwürfen eine erschreckende Neugültigkeit. Orlando Brown. Oh shit, der Nigger ist crazy. Oh, I'm sorry, I start licking my lip. Let me see him. I mean, yo, Diddy, you gave me the Ooshkosh-Koosh-Koosh-Koosh. Der Schauspieler und Rapper hatte seine eigenen Probleme mit dem Gesetz, aber dennoch hatte sich Brown geoutert und bei mehreren Gelegenheiten über Diddy gesprochen, wenn auch kryptischer als einige der anderen klägt. Der hat doch, ich glaube, behauptet der nicht auch, dass Diddy ihn crazy gemacht hat? In einem Interview mit Cam Capone News im Jahr 2022 verflieh Brown in eine seltsame Kauderwelschtirade, die sich anscheinend an Diddy richtete, der weder im Raum war, noch über ihn gesprochen wurde. Der arme Digger, der ist ein Kinderstar, gell? Wo war der? Welcher war das nochmal damals? Der war als Junge schon berühmt. Die haben bestimmt M. Coltrin mit dem gemacht. Wuschkosch und Wuschkosch. Du weißt, was ich spreche, was ich mit dem Thema war, Diddy? Rückblickend auf diesen Clip war die Beziehung der beiden Rapper eindeutig etwas ungewöhnlich. In einem anderen Gespräch wurde Brown gefragt, ob es für jemanden möglich sei, im Showgeschäft erfolgreich zu sein, ohne Drogen zu nehmen. Er sagte, absolut mit einer Ausnahme. Bro, sich Chloe an eine Party von Diddy, auf der alle Splitter nackt waren. Keeping up with the Kardashians, Alter, ich küss euer Herz. Gibt's das immer noch? Aber der war doch auch bei Dings hier in dem Film von Major Pain. Major Pain war der doch, glaube ich, auch dabei, oder? Mieser Film. Major Pain, Digga, da war der, glaube ich, auch dabei. Wie heißt der? Orlando, Orlando Brown? Der Typ, Bruder. Ja, das ist der doch, oder nicht? Ha, jo. Das ist der doch, oder? Ja, krasser Typ. Ich hab den voll gefühlt früher, ja, den kleinen Jungen, ja. Der arme, Bro. Der ist voll crazy geworden. Haben Sie die neue Crew von Freunden kennengelernt? Und all I said was, yes. Und dann habe ich verraten. All I said was, yes. Auch Chloes ehemaliger Schwager, Kanye West, hat sich in Bezug auf Diddy geäußert, was sich heute anders liest. Im Jahr 2022 deutete West an, dass Sean Combs mit der Regierung zusammenarbeitete und behauptete, er habe die Leute verraten, um sich eine Gefängnisstrafe zu ersparen. Da West für seine wilden, oft unbegründeten Anschuldigungen berüchtigt ist, fügten sich diese Aussagen zunächst in seine anderen Tiraden ein. Selbst jetzt ist es schwer zu sagen, ob Wests Anschuldigungen authentisch waren. In Anbetracht der aktuellen rechtlichen Probleme von Combs fühlen sich Wests Worte jedoch wie eine Warnung an. Unabhängig davon, ob er wirklich Insider-Informationen hatte oder nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Party ist, ich sage das metaphorisch. Aber du hast über die Party gehört, die alle sprechen. Aber du hast niemals geinvited. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie eine Party ist. Das ist, wie weit weg aus dem ich bin. Usher. Als er gerade in der Musikbranche Fuß fasste, lebte der 13-jährige Usher ein Jahr lang bei Combs. Usher öffnete sich über diese Erfahrung in einem 2016-Interview mit Howard Stern. Hat er dir keine Freude gemacht? Hat er dir Türen gemacht? Ich meine, um dich etwas zufrieden zu halten? Oder kannst du einfach, kannst du bis 4 Uhr am Morgen mit ihnen und partieren? Obwohl es sich nach einem Riesenspaß anhörte, deutete Usher an, dass sich unter der Oberfläche etwas Beunruhigendes verbirgt. Usher sagte, er habe nicht verstanden, was er da überhaupt sah. Der Arme hat doch Herpes von dem bekommen, oder? Sehr merkwürdige Dinge stattfanden. Am bezeichnendsten ist vielleicht, dass Usher klargestellt hat, dass er nicht möchte, dass seine Kinder wie ihr Vater das Puffy-Camp besuchen. Trotzdem würde Uschers Schützling, Justin Bieber, 48 Stunden mit Combs verbringen. Ja, Digga, das ist auch so. Das ist nur Spekulation, aber eine falsche Telefonnummer, die Bieber Combs später gab, blieb sich jetzt wie ein Hilferuf. Mace Mason, Daryl Betha oder Mace wurde in den 90er Jahren nicht nur als Diddy's Hype Man bekannt, sondern veröffentlichte er auch Studioalben bei Bad Boy Records. Mace verkrachte sich schließlich mit Combs und seinem Platz. Vor der Verhaftung seines ehemaligen Mitarbeiters behauptete Mace, Combs habe ihn mit einem 20.000 Dollar Vertrag betrogen und im Jahrzehntelang kann Tjemen vorenthalten. In einem Interview aus dem Jahr 2022 behauptete Combs, dass Mace ihm 3 Millionen Dollar schulde. Dennoch gab Combs im folgenden Jahr die Veröffentlichungsrechte an Mace und einige andere Bad Boy-Künstler zurück. Obwohl Mace einer der ersten war, der Combs wegen der Tantiemen zur Rede stellte, sollte er nicht der letzte sein. Im Jahr 2024 verklagte sein ehemaliger Bandkollege Don Richard Diddy Combs und begründete das unter anderem mit rund 5 Millionen Dollar an nicht gezahlten Einnahmen. Kat Williams Digga, habe ich mich komplett reingezogen. Geiles Interview. Der Komiker Kat Williams ist kein Unbekanter. wenn es um Zusammenstöße mit dem Gesetz und angebliches missbräuchliches Verhalten geht. Daher ist es verständlich, dass einige die Glaubwürdigkeit von Williams in Frage stellen. Im Januar 2024 machte Williams jedoch einige Bemerkungen über Combs, die in den folgenden Monaten nur noch mehr an Bedeutung gewannen. In Shannon Sharpe's Club Shay Shay Podcast ging Williams auf die berühmt-berüchtigten Diddy Partys ein und riet den Leuten einfach Nein zu sagen. Seine Gründe waren zwar etwas vage, aber Williams ging es vor allem darum, einen bestimmten Bereich seines Körpers zu schützen. Williams ging nicht weiter darauf. Da kommt nichts Neues hinne. Er hat im Interview noch einmal auf Combs losging. I know how blessed I am. If I look at it, I got it. Yeah! That's how did he be feeling. Come on, man! Die jüngsten Anschuldigungen in Bezug auf Combs Freak-Out-Partys und angeblichen Missbrauch haben Williams Watt in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Aubrey O'Day. Was haben Donald Trump und Diddy gemeinsam? Wahrscheinlich so einiges, aber Sängerin, Reality-Star Aubrey O'Day ist eine davon. Combs war einst Mentor von O'Day und trat später in der fünften Staffel von The Celebrity Apprentice auf. Ich bin eine sehr strikte und fokussierte Businesswoman because working for Diddy for six years trained me to have to be perfect. Working for Diddy? Absolutely. I love Diddy. Als O'Day ihre Zusammenarbeit mit Diddy erwähnte, überhäufte Trump sie mit Lob. O'Day war eher schweigsam um ihren ehemaligen Chef herum und wollte nicht sagen, ob er ein guter Kerl war, wie Trump ihn beschrieb. I don't want to answer that because I don't know. I think he's a good guy. I'm going to stick up for him. In einem Indie Ach du Scheiße, das ist krass. Mit Variety im Jahr 2019 ging O'Day noch weiter ins Detail. Über eine Zeit bei dem von Diddy produzierten Making the Band sagte O'Day, Zitat, wir hatten jeden Tag Todesangst davor, was Der Bruder war bestimmt Arsch immer auf den Diddy Partys unterwegs, sagst du? Schön die Freakoffs mit durchgezogen. ...puff passieren würde. Ich habe alles erlebt, von rassistischen Bemerkungen bis hin zu Sexismus und vieles davon war beängstigend. Adam 22 ist nochmal ein Thema für sich, da hätte ich jetzt viel zu zu sagen. Und die, die er interviewt, ist das die gleiche von eben gewesen, die der Sängerin war? Okay. Weil der interviewt auch gerne mal ein paar Pornostars und so. ... ... ... ... ... Nachdem sie 1998 von Hot 97 gefeuert wurde, beschuldigte Wendy Williams eine Rolle zu spiegeln. Im Jahr 2004 schrieb Williams, dass sie die Hölle, die Combs ihr angetan hatte, niemals vergessen würde. Die ist richtig verstört jetzt mittlerweile. Die kann nicht mal richtig ihr Ding durchziehen. Wir haben uns da Videos so reingezogen. Ich glaube, bei dem Flex-Doku Video war die mit dabei. ... sagte Williams, dass sie Combs nicht hasse. In einer 2015 ausgestrahlten Folge ihrer Show äußerte sich Williams zu den Vorwürfen, Cassie Ventura verstecke sich vor Combs. ... 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 Williams zeichnete Combs als einer Mogul, den man nicht entkommen kann. Im selben Jahr fragte Williams Jennifer Lopez, ob sie jemals wieder mit Combs zusammenkommen würde. Lopez' Mutter, Guadalupe Rodriguez, antwortete im Grunde für ihre Tochter mit einem Blick, der alles sagte. Obwohl sie sich 2017 wieder versöhnt haben, warten die Zuschauer gespannt darauf, was Williams nach seiner Verhaftung über Combs denkt. Du hast mich verhaftet. Ich erzähle dir was. Diese Woche hat es hella verhaftet. 50 Cent. Curtis James Jackson, der dritte... 50! 50 Cent, alias 50 Cent, ist ein weiterer großer Name, der seit langem eine Fäde mit Combs führt. Alles begann mit 50 Cent's Disstrack, The Bomb, aus dem Jahr 2006, in dem er Combs vorwarf, mit dem Mord an Biggie Smalls in Verbindung zu stehen. Es gibt immer noch wenig konkrete Beweise für diese Verschwörungstheorie. Im Oktober 2023 äußerte sich 50 Cent jedoch zu einem Streit mit Diddy und beschrieb seine Partys als ungemütlich. Während seiner Final Lab Tour sagte 50 Cent, Diddy würde dich gleichzeitig von vorne und von hinten umarmen. 50 Cent hat sich nach der Razzia in seinen Häusern noch deutlich über Combs geäußert. Es wurde auch berichtet, dass 50 Cent eine Dokuserie mit dem Titel Diddy Do It an Netflix verkauft hat. Tupac Shakur Apropos Verschwörungen, 50 Cent hat auch behauptet, dass Combs Tupac umbringen ließ. Auch dafür gibt es nicht viele Beweise, obwohl auch Tupac Combs gegenüber skeptisch war. In einem Gespräch mit dem Vibe-Magazin im Jahr 1995 wurde Shakur gefragt, ob er glaube, dass Combs etwas mit seiner Schießerei im Jahr zuvor zu tun habe. Shakur hielt sich nicht zurück und sagte, Zitat, ich glaube schon und fügt hinzu, das geht nur ihm und mich etwas an und nur er weiß es. Etwa ein Jahr später war Shakur in eine weitere Schießerei verwickelt, die diesmal tödlich endete. Dwayne Keith D. Davis, der 2023 wegen der Ermordung von Tupac verhaftete, sagte einmal, dass Combs eine Million Dollar für die Ermordung von Shakur angeboten hat. Ob Combs nun involviert war oder nicht, Shakurs Worte zeichnen das Bild eines gewalttätigen Mannes. Rodney Lilrod Jones Während Combs im Laufe der Jahre mit zahlreichen Anschuldigungen konfrontiert wurde, gehörte Rodney Lilrod Jones zu den Ersten, die ernsthafte rechtliche Schritte einleiten und damit zu der aktuellen Situation des Moguls beitrugen. Jones war einer der Produzenten von Combs, der Love-Album, Off the Grid. Laut Jones hatte jedoch viele Dinge ertragen, die weit über seine Rolle als Produzent hinausgingen. Jones behauptete, Combs habe ihn wiederholt betatscht und ihn zu unerwünschten sexuellen Handlungen gezwungen. Dadurch gehörte er auch, dass er im Badezimmer arbeiten musste, während Combs duschte. Darüber hinaus behauptete Jones, dass er nackt im Bett mit Combs und zwei Sexarbeiterinnen aufgewacht sei, nachdem er unter Drogen gesetzt worden war. In seiner Klage werden auch Combs Sohn Justin und seine Stabschefin Christina Karam angeklagt, wobei letzter Red des Groomings beschuldigt wurde. Der Sohn auch, oder was? War der Sohn auch mit involviert, sagst du? Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Cassie Ventura Das Model und Sängerin Cassie Ventura war von 2007 bis 2018 in einer Beziehung mit Combs. Es gab allerdings Diese Frisur verstehe ich nicht bei Girls, sag ich dir ehrlich. Diese rasierte Anseite. Haben auch viele Argentinierinnen in Mexiko gehabt. Hab ich nie verstanden. Nie gefühlt so. Was sagt ihr, Jungs? Und für Probleme im Paradies. Im Jahr 2015 teilte Ventura ein Bild eines schlafenden Babys und schrieb dazu, gehe ich schlafe, mit dem Wissen, dass ich Single bin und niemand mich betrügt. Im Jahr darauf wurde berichtet, dass die beiden in Beverly Hills Die ist aber echt mega hübsch. Zweiten gesehen wurden. Fünf Jahre nach ihrer endgültigen Trennung reichte Ventura eine Klage gegen Combs ein und beschuldigte ihn der häuslichen Gewalt, des sexuellen Missbrauchs und des Sexhandels. Obwohl Combs diese Vorwürfe bestritt, wurde die Klage außergerichtlich beigelegt. Das war noch nicht das Ende, denn es tauchten Aufnahmen aus dem Jahr 2016 auf. Jeder muss tun, was er amazing findet. Ja, ist so. Bestimmt schon. Ich kann ja aber sagen, was ich amazing finde. Weißt du, wie ich meine? Combs gab eine Entschuldigung heraus, während viele Ventura unterstützt haben, was den Beginn seines Niedergangs markiert hatte. Welche anderen Berichte von Prominenten lassen dich, die die mit anderen Augen sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Gang, WatchMojo, ich küsse deine Zirbeldrüse. Interesting auf jeden Fall. Interesting auf jeden Fall. Freunde, eure Gedanken natürlich wie immer in die Kommentare unten rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Tschüss. Schoen. Vielen Dank.